Einen wunderschönen guten Tag, ich hoffe es geht euch allen gut. Herzlich Willkommen zu einem neuen Let's Play von Boston Law. Viel Spaß dabei. So meine lieben Freunde, jetzt geht es los. Ja hallo meine lieben Freunde. Ich will heute mal wieder ein bisschen Elex spielen. Bin schon mitten im Spiel, Level 34. Es soll jetzt auch kein großes Let's Play werden. Ich möchte einfach nur einmal testen, ob meine Technik endlich mal funktioniert. Ob die Prozessorleistung ausreichend ist, ob ich überhaupt gescheite Aufnahmen hinkriege. Naja, ich wünsche euch mal viel Spaß mitten im Spiel. Ja, da war ich schon mal gar nicht so schlecht. Nachtschatten. Also ich habe im Moment den Eindruck, als wenn immer mehr starke Gegner kommen. Mit jedem Level Aufstieg werden die Gegner glaube ich etwas schwieriger. Ich wünsche euch Verrömer, ich wünsche euch nicht nur die Sie々. das gebäude habe ich vorhin schon mal geplündert da gibt es nicht mehr viel zu holen für die leute die es interessiert die daten sagen wie ich das eingestellt habe für den fall dass ihr auch noch probleme mit obs habt und nicht so ganz hundertprozentig zufrieden seid mit euren einstellungen das schöne an elex ist ja dafür an jeder ecke irgendwas zum looten gibt naja die lassen wir mal liegen ich muss gucken was das da oben noch für gegner sind ich habe den autofokus im moment ausgeschaltet mal ganz zu anfang ist das etwas leichter vor allen dingen wenn man viel weglaufen muss ich überlege gerade ob ich da wieder einschalten weil man schlägt doch öfter jetzt daneben nicht so they're new ja Oh, was haben wir da? Wir haben jetzt die Katten, ich glaube... kann man immer brauchen um es nochmal zu sagen ich habe mir kein richtiges stil gesetzt für heute für dieses game wollte einfach nur mal gucken ob das mit den einstellungen die ich jetzt vorgenommen habe auch einigermaßen funktioniert ich bin immer noch am überlegen ob ich mir nicht doch noch einen stärkeren rechner hole mal von amd prozessoren weggehe und man intel mir gönne um noch mal ein bisschen was zu erzählen also elex suchte ich im moment eigentlich aber ich habe wie mit vielen anderen spielen das problem das ist mein persönliches problem dass ich mich immer vor der hauptstory drücke um das spiel einfach so lange wie möglich zu genießen was mich bei fast jedem spiel aufregt ist ganz einfach dass dass man hoch geskillt ist bis zum geht nicht mehr und dann eigentlich für alles bereit ist aber im grunde genommen das spiel dann zu ende ist man macht noch die hauptstory fertig auf den big boss um oder wie auch immer und es gibt dann kaum noch was im spiel zu tun und wie man weiß ist es ja so das ist bei elex keine erweiterungen gibt seine addons gibt sondern dass die dann auf neue spiele setzen auch noch nicht gewesen sind auch in das hand was ich natürlich bestätigen kann ist dass jeder cent im spiel sehr gut investiert ist es macht einfach einen riesen spaß und für mich persönlich mit eines der besten spiele was ich je gespielt habe aber wie gesagt das ist meine persönliche meinung und das mal mit fallout vergleicht was man eigentlich nicht kann aber faul ort ist nun mal so dass es einen hohen weiterspiel wert hat auch nach der haupt story wenn man allein an den an die möglichkeiten der erweiterungen denkt noch mal eine kleine runde schlafen bis zum nächsten morgens ich habe ich habe mich ich habe mich Das war gerade ein bisschen abgelenkt. Also Vorort hier hat ja eine unheimliche Möglichkeit weiter zu spielen. Und hier bei Elex ist es einfach ganz vorbei. Man kann natürlich wieder von vorne anfangen, andere Schwierigkeitsstufe. Man kann sich einer anderen Fraktion anschließen. Die Möglichkeit hat man ja. Man kann versuchen, jeden Quadratzentimeter akribisch zu durchsuchen, um wirklich alle Geheimnisse zu entlocken. Macht natürlich auch Spaß. Aber dann war es das aber auch. Wenn man überlegt, dass ich zweieinhalb tausend Stunden Fallout hier gespielt habe, und immer noch nicht fertig bin. Und ich denke mal, Elex habe ich für ungefähr 30 Stunden gespielt, 40 Stunden. Da ist das schon ein Riesenunterschied. Aber nichtsdestotrotz, ich liebe Elex. Auch wenn ihr vielleicht ein bisschen meint, ich bin ein bisschen muffelig oder sowas, bin ich eigentlich gar nicht. Und ich bin sogar ein sehr lustiger Typ eigentlich. Aber ich möchte nicht ganz so albern, wie manch anderer Let's Player rüberkommen. Ich möchte schon versuchen, ein bisschen seriös zu bleiben. In einem anderen Let's Play habe ich schon mal erzählt, ich kann halt keine Dialekte. Großartig und meine Stimme verstellen, großartig, ist auch nicht so mein Ding. Na, kriegen wir den Setzer für mich? Ich glaube nicht. Ich bin einfach manchmal der Meinung, dass ich manche Let's Player, auch wenn sie tausende oder sogar Millionen von Followern haben, mir persönlich, aber das kann mit meinem Alter zusammenhängen, mir persönlich ein bisschen zu albern sind, ein bisschen zu kindisch. Das mag bei jungen Leuten, Teenies, vielleicht ganz gut ankommen, aber bei Leuten in meiner Altersklasse, Auslieferungsjahr 1963, dann denkt man da drüber ein bisschen anders. Aber da soll sich jeder seine eigene Meinung bilden. Jeder Jack ist anders. Den einen gefällt das, den anderen gefällt das. Im Endeffekt soll es halt jedem Spaß machen. Da, ein bisschen zu sagen. Ich bin. Wenn Sie. Da, woanders nach? Da, woanders nach? Ich bin. Da, woanders nach? Da, woanders nach? Da, woanders nach? Woanders nach? Da, woanders nach? Das, was mir ist. Was ist das? Wenn ich eines Tages dazu bereit bin, Elex zu let's playen, werde ich auf jeden Fall ganz von vorne anfangen, dann auf schwierigste Stufe, obwohl wenn ich mich daran erinnere, wie oft ich schon auf normal gestorben bin und größte Schwierigkeiten hatte, den ersten Gegner platt zu machen, aber das Wagnis werde ich dann eingehen. Das war's für mich. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Er hat immer noch nichts Neues für mich. Er hat immer noch nichts Neues für mich. Ja, mit dem Let's Place ist das auch immer so eine Sache, wo man sich fragen muss... Er hat mich in den Boden gestampft. Jetzt machen wir mal F9. Und die seine Gesachen anders rüberbringt. Und jetzt ist es auch unheimlich schwer, irgendwas zu finden, was noch nicht Let's Plate wird. Mann! Ich bin aber komplett unheimlich. Warte, Burschi! Und ich erwisch dich doch! Das macht du nicht wunderschön. Das habt ihr nicht gesehen. Oh, man soll das 3 sein, wie 4. Ja, genau. Ja, quatschen und kämpfen. Das muss man können. Ja. 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 was kein anderer macht aber wie gesagt ich glaube das ist schon ein ziemliches ding der unmöglichkeit dann die geschichte soll man es halbwegs seriös und lustig rüberbringen oder soll man übertrieben albern sein noch anfangen zu liefern oder sonst irgendwas soll man den harten kerl mimen hey gut dass hier mal jemand vorbeikommt wir könnten wirklich deine hilfe gebrauchen wir brauchen dringend ein paar splitter wie wärs gibst du uns welche na klar na klar ist das alles was doch mehr dabei oder na wenn du deine kohle nicht rausrücken willst dann müssen wir sie uns eben holen man ich wusste doch dass es eine falle ist habe ich doch schon geahnt das sieht wieder so dämlich an na kriege ich denn meine 500 index zurück ja 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 na das war wohl sein letzter schieß na das war wohl sein ja 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 man findet immer wieder ecken wo man noch nicht war ja aber es ist wirklich so dass man auf jeden berggipfel auf jeden haus auf jede erhöhung in die tiefsten tiefen wirklich überall hin muss um 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 tatsächlich alles zu entdecken das macht elex natürlich sehr sehr spannend das macht schon wie ein luftpflege aus um 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 Bote ich ja ein Abbruch. Mal gucken, ob ich die überhaupt gelootet habe. Wieder vergessen. Nehmen wir ab. Wieder mit leichter Verzögerung. Ich bin mal gespannt, wie das Video geworden ist, wenn ich es gleich teste. So, an dieser Stelle mache ich dann erst mal Schluss. Schönen Dank fürs Zusehen, ich wünsche euch alles erdenklich Gute. Bis demnächst wieder. Ciao. Ja, hallo ihr Lieben, hier ist nur mein kleiner Nachtrag für die Leute, die sich dafür interessieren, was ich überhaupt in meinem Rechner verarbeitet habe. Also, ich habe ein AMD Athlon X4 860K. Die Megahertz, seht ihr hier, so um die knapp 3000. 16 GB Arbeitsspeicher habe ich drin mit im Dual Channel Modus. Meine Grafikkarte ist eine Nvidia GeForce GTX 1050. Motherboard ist vielleicht nicht ganz so interessant, ist ein Gigabyte. Und wie gesagt, da bin ich wahrscheinlich an meinen Grenzen im Moment. Wobei wahrscheinlich die CPU der Flaschenhals ist. Und deswegen bin ich noch am überlegen, wegen einem neuen Rechner der ein bisschen mehr Power hat. Mit den Einstellungen von OBS, die vernünftig zu zeigen, das muss ich erstmal irgendwie lernen. Da gibt es wahrscheinlich eine Möglichkeit, wie ich das vernünftig zeigen kann. Aber das entzieht mich jetzt im Moment meinen Kenntnissen. Ich weiß nur, dass ich im Moment die letzte Aufnahme mit einer Bitrate von 10.000 aufgenommen habe. Und ich werde das wahrscheinlich mal auf 30.000 stellen. Und da wollen wir mal gucken, ob das dann besser läuft. Tschüss, macht's gut.